Herzlich willkommen bei ProHandling. Heute wird mal wieder eine Maschine vorgestellt und zwar haben wir hier einen Manipulator. Das Besondere an dem Manipulator ist, dass es ein Arm, der ist frei beweglich und damit kann man Gewichte bis zu 50 kg anheben, kann das zum Bestücken einer Fräsmaschine nehmen oder um Kisten anzuheben, was auch immer. Also eigentlich kann alles, was irgendwie angehoben oder gedreht werden muss, damit bewegt werden. In diesem Teil haben wir jetzt hier beispielsweise gerade eine Bremse drin, der Arm ist fest. Ich kann die Bremse öffnen und jetzt ist der frei beweglich und hier an der Seite haben wir 30 kg stehen. Die kann ich einfach mit dem Greifer greifen und dann habe ich jetzt hier die 30 kg, ohne dass ich mich irgendwie körperlich anstrengen muss. Also die kann es einfach zu bewegen. Was optional auch immer geht, ist beispielsweise in dem Fall das Ganze zu kippen. Oder auch zu drehen. Je nachdem, was Sie mit Ihren Bauteilen machen müssen, kann das alles optional angepasst werden. Wenn Sie auch an dem Bauteil noch arbeiten müssen, dann können Sie das einfach mit der Bremse wieder feststellen und dann ist der Arm nicht mehr beweglich. Und jetzt kann ich ihn wieder einfach bewegen. Also es ist ganz leicht, jeder kann mit dem Arm arbeiten. Es gibt auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre Werkstücke, verschiedene Gewichte haben, kann man ganz einfach hier an der Armatur von dem Arm einstellen, welches Gewicht Sie jetzt haben. Und darauf wird sich dann der Druck anpassen im Arm und sich dann einfach bewegen. Das war jetzt eigentlich schon alles zu unserem Dreiarm. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, ein Angebot möchten oder auch mal den Arm sehen möchten, schreiben Sie uns gerne, wir freuen uns von Ihnen zu hören. Vielen Dank und liebe Grüße von Frau Henning. Vielen Dank.